Hallo Leute und herzlich Willkommen wieder bei einer Runde Soil Game, ganz kurz Ich weiß noch was machen, Steuerung, Schnellzugriff Ach scheiße, egal Denn ich muss da irgendwas am Steuerung noch was machen Bevor Scheiße, nice So, ach, das war ein Fail von mir Ja, werden wir gleich random killen Was haben wir sonst zu tun Killen wir gleich die zwei Das ist ein Team sogar So, der tendiert Nice Ja und ich bin wieder aus dem Urlaub zurück Ich weiß jetzt nicht, ob ich es gesagt habe Aber der hat auch ein Schwert Oh scheiße Oh scheiße Alter, was für geile Kills hier Wir gerade haben Bogen noch Nice Alter, wir haben gerade drei gekillt Läuft Alter, jetzt Niemand darf jetzt zu uns hinkommen So Da 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 Alter, das war jetzt Richtig skill Richtig skill Dreier Einfach Drei Gleichzeitig gekillt Und das können wir nehmen Oh nice, noch besser Das war ein bisschen Fail von mir Das war ein bisschen Fail von mir, dass ich Nein Hat Fail Nein Das war so gut von mir So gut, richtig Nice Gerade Alter Wie geil das einfach mal war Diese Runde Alter Mein Herz klopft so gerade Das war mein bestes Runde ever Ja Wirklich Ich habe alleine Hier wirklich Wer hat mich gekillt Monocraft Gibt es hier Zuschauer noch Monocraft Ja, der ist auch schon gestorben gerade Ja, ich hätte jetzt eh keine Chance weiterfahren Random Killer Ja Ja, dann werden wir in diese Aufnahmen, oder? Wie lange nehmen wir schon auf? Vier Minuten Nein Und ich habe auch keinen Bock zu cutten Darum gehe ich da hin einfach mal Und vote auf Flash V2 Alter, das war eine geile Runde gerade Hi Monocraft Hi Monocraft Wie viel Life Hattest Du Nach Meinen Kill Mono So 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 Okay Er antwortet nicht Ja, schreiben wir auch Good luck Nix besonderes Nix besonderes Nix besonderes Na, ist ein Schwert Wir haben jetzt schon voll Russi Soweit ich es wissen musste Niemand ist hinter uns Okay Ja, ich wollte noch was in den ganzen einstellen Ach, egal Den killen wir gleich Oh, den kill mal Den kill mal Nein Der kann mich killen So, wir müssen uns jetzt beeilen ein bisschen So Zwei Eins So Jetzt haben wir auch einen Bogen Aber nur ein Pfeil Fuck So Wir haben gerade einen Krieg bestritten Und haben gewonnen Zwei Gekillt Oder Zwei Zwei Ich hab glaub Wir haben zwei gekillt Ich weiß jetzt nicht Ob das Unser Kill war Nice Wir haben zwei Goldäpfel Uh, uh, uh Wir haben zwei Goldäpfel Schon mal geil Da sind zwei Spieler Ich hab zwei Namen gesehen Okay, der wurde schon gelootet Da ist er Nein Okay, das ist ein Team Oh Oh Leute Goldäpfel Alter Alter Das ist ein Team Oh Das ist ein Team LOL okay wir gehen mal die Items wegschmeißen sonst wird's nix so da schreibt jemand Hack bzw. Hacks das kann man wegschmeißen das 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 wer so wer nein stand tot meiner da nehmen wir den noch ne Kiste so nice noch ne Kiste schön schön nix besonderes noch ne Kiste wie viele Kisten wir einfach mal finden hier oh Gott ich bin so dumm egal ähm hm noch ne Kiste da ist nix drin da ist nix drin alter wie einfach übel skillen hier seit wann bin ich so gut im pvp seit wann bin ich so gut im pvp seit wann bin ich so gut im pvp Leute ich skille hier einfach mal ein Team naja zwar eigentlich Glückssache auch weil die haben mich nicht angegriffen nur der eine aber da ist einer da ist er der ist hinter mir der ist afk nix besonderes nix besonderes seit das Deadmatch beginnt gleich scheiße ich will mir noch ein Eisenschwert machen da ist der Spawn da ist der Spawn schnell hin einfach schnell wie möglich scheiße schaffen wir nicht mehr glaube ich mal da ist der Spawn glaube ich oder zwei spieler noch oh das wird so geil sein so wo ist der da ist er bisschen Boss BAM so alter ich zittere hier schon pfff nein gg der hat nen Dia Schwert gg gg Leute alter aber dass wir so weit kommen alter ja dann sag ich mal tschüss Leute ja ich sag mal tschüss schade dass es Vereine 4 nicht mehr hier gibt und jetzt gibt es diese Red and Shadow Hollow habe ich noch nie gespielt die nehmen wir schon überhaupt auf ja es wird langsam reichen ja und dann sag ich mal tschauuuu das war ja